Jaaa... Ähm... Zum Teufel, was mach ich hier? Ne, das stört mich jetzt hier. Die Brücke sieht dermaßen scheiße aus. Das ist zwar jetzt im Moment überhaupt nicht nötig. Was haben wir denn hier? Ein Pauls Treppen, ein bisschen dies. Zack, 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 zack. One und two. Ja, ist zwar jetzt gerade nicht nötig, aber in meinen Augen schon. Ach, guck mal, da hab ich auch Fackeln. Erstmal weg mit dem ganzen Schund hier. Ja, ja, es fällt jetzt alles in den Fluss rein. Ist mir jetzt auch egal. So. Hier haben wir den Aufgang zu einer Barücke. Wie könnten wir es denn machen? So. Vielleicht sieht's so ein bisschen besser aus. Ach, scheiße, Mann! Was zum Teufel mach ich hier immer? So, also. Erstmal machen wir das da wieder drüber. Und jetzt... Na ja. Sieht das ein bisschen besser aus? Ich weiß es nicht so ganz. Ja doch, ein bisschen besser sieht's schon aus. Boah, guck dir das an mit dem Eis, ey. Wahnsinn. Was soll das? Ja, sieht doch etwas besser aus. Muss ich schon sagen. Schönere Brücken gibt es wohl, aber... Meinen Ansprüchen genügt es. So, und das kann man nicht da drauf stellen. Super. Dann mach ich jetzt was anderes. Ham, 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 ham. So, wundervoll. Das kann dann auch wieder weg. Das holzige Essen. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Bolzigen Zaun. Ähm, wo ist denn da? Dort Zaun. Hier ist er. Hier ist er. Nein, 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 nein. Das gefällt mir gar nicht, oder? Nein, das erst recht nicht. Oder? Nein. Alter Schwede, ich mach nur Scheiße, echt. Boah, was benutze ich heute? Ein Jugendslang hier. Ist ja furchtbar, Alter. So. Hab's schon mal schöner gesehen, aber... Die Brücke ist ein bisschen restauriert worden. Ja, doch, das sieht besser aus. Doch, doch, find ich okay. Ich hab lange nicht mehr Okese gesagt, ne? Sudelee. Ja, was soll das hier mit dem Schnee? Dort hinten geht es zu dem, äh... Du liebe Güte. Ah, ein Hund. Oh, ich will einen Hund haben. Oh, das ist ein Wolf. Schnell, schnell, einen Knochen holen. Da hab ich ja mein... Die ganze Zeit schon drauf gewartet, dass ich mal einen Hund krieg. Knochen, Knochen, Knochen. Holziges Essen, natürliches. Knochen, Knochen, Hund. Der sah so böse aus. Der wird mir doch jetzt nichts tun. Hundchen. Wo bist du denn? Na, wo bist du denn? Na, komm mal hier. Ja, da bist du ja. Ein Schäferhund. Hat der Flöhe? Der sah gerade aus, dass er der Flöhe. Ja, ja, bitte. Oh, ja, jetzt liebt er mich. Yeah, mein Freund. Jetzt hat er auch ein... Ein Halstuch an. Ja, super. Ja, super. Na, komm mit. Na, komm. Komm rein. Kommst du wohl mit? Ja. Ja, komm. Na, komm. Hier. Hallo. Ja, fein. Oh, ich hab einen Hund. Hm, hm. Na, komm. Na, komm. Hier. Ja, super. Sehr vorteilhaft. Beziehungsweise sehr gut erzogen. Was sind ein paar Knochen? Was soll das? Hier. Sollst du jetzt nicht baden? Ja, jetzt geh rein. Na, komm. Hallo. Ich vergaß das Hunde nicht gerade zu den intelligentesten Tieren. Ja, jetzt tut er sich noch weh. Meine Güte, jetzt kommst du aber mal rein. Ja, kommst du jetzt wohl rein. Da, komm. 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 Ja, sehr gut. Sehr gut. Genau. Und jetzt bleibst du mal da sitzen. Ja, viel Spaß hier, ne? Kack nicht die Bude voll. Da kannst du auch mal runtergehen gucken. Ciao. Schön, ich hab einen Hund. Ach, jetzt muss ich schon wieder in die Kiste steigen. Ja, hallo. Ja, komm mit. Na, komm. Was höre ich denn hier für Monstergeräusche schon wieder? Schön, ich hab einen Hund. Da hab ich ja schon das ganze Let's Play über drauf gewartet, dass ich meinen Hund... Ja, hi. Ja, was machst du denn? Willst du da rein? Damit du ja nicht abhaust. Nein, Quatsch. Du kannst hier ein bisschen rumlaufen. Ja? Aber du kommst mir jetzt nicht hinterher. So, eigentlich war ich ja was ganz anderes am Machen. Hab ich Erde? Erde? Oh, ich hab Erde. Äh, Moment mal. Jetzt muss ich aber ein bisschen Platz machen. Ähm, das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Die Knochen brauch ich... Ja, komm, ich nehm sie mal mit. Das ist hier... Spinnenauge ist was ganz Natürliches. Holztreppen, Schienen brauch ich im Moment nicht. Das ist hier beim Holzigen. Ähm, ja, vielleicht muss ich nachher was craften. Unterwegs und hab keinen Bock zurückzulaufen. Mal sehen. Und Werkzeuge. Da kommen die Pfeilis hin. Zaun brauch ich im Moment auch nicht. Erde. 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 Bam, bam. Bam, bam, bam. Yeah. Was hat er jetzt vor, der Kaios? Ich möchte da hinten den Berg erschließen. Das hatte ich schon erklärt. Wo geh ich denn jetzt her? Hier lang? Da könnte ich noch einen Zweitweg machen, aber ich möchte gerne hier lang gehen. So, dieser ganze Kram hier muss, naja, zumindest zum Teil mal ein bisschen, ja, ein bisschen leer, äh, Quatsch, zugestellt werden. Und diesmal machen wir das, glaube ich, vernünftig. Nicht so wie beim letzten Mal, dass, wenn ein Creeper explodiert, sich direkt darunter eine Wahnsinns-Höhle auftut, in die man dauernd reinfällt. Aber, wie gesagt, aus Fehlern lernt man, in der Regel, in der Regel, so, damit das hier auch nicht mehr so, so arg hässlich ist alles, wenn denn der Schnee irgendwann mal weggeht. Ja, ja, da wird es irgendeinen Mod geben. Da wird es irgendeinen Mod geben. Notfalls muss ich mir mal diesen Wetter-Mod reinmachen, auch wenn er nicht Wetter-Mod heißt. So, neben dem Zauberhäuschen möchte ich hoch... Dieses ganze Gestein hier gefällt mir auch nicht, muss ich leider sagen. So, so viel Spaß muss sein. Och. Na komm, komm schon. Na komm. Ja, manchmal muss man so Reparaturarbeiten machen, damit das Ganze noch stimmig ist. Damit es nicht einfach so eine... Was ist das denn? Hilfe, was ist das für eine psychedelische Musik? Was ist das für ein komisches Gelaber? Was sagt ihr überhaupt? So. Lassen wir es erstmal dabei, ja? Und jetzt möchte ich mir hier irgendwie einen Aufgang-Hook machen. Schwer ist es ja nicht, nur. Aber es soll ein bisschen schöner aussehen hier, der ganze Kram, wa? Vor allem sollen hier nicht diese Steindinger sein. Nein, was mache ich denn? So. Ich habe jetzt keine Lust, diesen ganzen Mist hier abzutragen. Da bin ich jetzt zu faul für. Außerdem gehen mir dann hier wieder meine Werkzeuge kaputt. Und wie ihr ja gerade eben gesehen habt, habe ich ein bisschen, ähm, Eisenmangel wieder. Voll Idiot. Verdammter Trottel. So. Was ist hier drunter? Stein. Steine. So. Und hier? Erde. 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 Was ist denn hier? Ne, hier. So. Das ist auch eine ziemlich zerklüftete Landschaft hier. Meine Güte. Selten, 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 selten sagen. So. Das sieht schon wieder etwas natürlicher aus. Das geht leider, leider auch nicht. Das machen wir so. Oh, das, mein lieben Freund. Das machen wir so. So, wunderschön, habe ich das gemacht. So, und das auch. Das heißt, hier plustere ich jetzt mal eine Treppe hin. Ganz stinknormale Treppe. Aus Holz. Aus Holz, was soll's? Ach, Moment, das hier ist schon die Etage, auf die ich... Oh nein, guckt sich das mal einer an hier. Oh, da hinten ist ein... Oh, ist das ein Kuh oder ein Schaf? So, der Weg soll hier entlang führen. Ganz genau. Hier soll's entlang gehen. An diesem Bergelchen vorbei. Aber ich werde hier nicht diesen ganzen Berg abtragen. Das könnt ihr euch schon mal abschminken. Denn das ist nicht nötig. Warum ist denn das hier so zerklüftet? Das ist ja eine Katastrophe. Waren hier die Endermänner am Berg? Oder wie... Sagen hab ich sowas, oder? Alter Schwede, das gefällt mir gar nicht. Ja, jetzt muss ich ein bisschen flicken. Was könnten wir denn mal besprechen in der Zeit? Was ist aktuell im... im Gedönse? Im Grede? Mein Half-Life-Let's-Play. Das ist ja nicht gerade gut besucht, ne? Also, ich mein, das Spiel ist von 2004, meine ich. Half-Life 2, wohlgemerkt. Das haben wahrscheinlich schon Tausende. Tausende gespielt. Es kommt nicht wirklich gut an. Es gibt überhaupt gar keine Reaktion darauf. Nevertheless werde ich ein weiteres Let's-Play machen, wenn ich Half-Life 2 fertig hab. Nämlich... Ähm... Ich wollte gern Machinima. 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 Wie auch immer man es aussprechen mag. Das möchte ich gerne Let's-Play. Da hab ich richtig Laune drauf. Ist nochmal ein Rätselspiel. Hat überhaupt nichts mit dem Ego-Shooter zu tun. Es ist, glaube ich, auch von Daedalic Entertainment. Im Moment spielt ja der Gronkh... Ähm... Harveys Neuaugen und... Und... Wie heißt das andere noch? Deponia, glaube ich. Aber unabhängig von Gronkh... Hatte ich dieses Spiel schon mal in irgendeiner Zeitung gesehen. Vor Ewigkeiten. Und... Irgendwie bin ich da nochmal drauf gekommen. Und dachte... Ja, das wollte ich sowieso die ganze Zeit mal spielen. Das werde ich mir vornehmen. Alles ziemlich hügelig hier, oder? Also, was das hier soll... Guck sich das mal einer an. So, weißt du... Ich mach jetzt mal hier... Ein bisschen Tabula-Rase. So, damit das hier mal... Irgendwie alles auf eine Ebene kommt. Ich hab hier nämlich überhaupt gar keinen Durchblick. Und das gefahrt mir überhaupt nicht. Lalalalala... Ach, ich freu mich schon auf die Spielmusik. Ich hab da richtig coole Musik... Schon bei. Meine Jungs... Meine Jungs... Mein Sohn steht übrigens... Voll auf diese Spiele-Mucke. Gibt das zum Beispiel einen Remix... Von Megaman? Snake... Snakeman... Heißt der, glaube ich. Das ist im dritten Teil Megaman. Der Snakeman. Und die Welt hat so... Ihren eigenen... Sound natürlich... Das ist ein eigenes Lied, was immer wiederholt wird. Ich mach's mal vor. Ja, 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 komm. Hören wir mal ein bisschen auf damit. Aber auf jeden Fall gefällt das, meine Jungs. Ziemlich gut. Ist ein furchtbarer Ohrwurm. Und davon gibt's einen ziemlich... Stuhlen-Remix. Und den werde ich auf jeden Fall auch... Mit in diese Playlist... Einspeisen. Die ich dann hier... Spielen lasse. So, das ist schon mal ein bisschen... Falllacher. Weil hier kann ich ja auch demnächst... Noch was machen. Mit den Hühnern zum Beispiel. Könnte ich... Da wollte ich da hinten hingehen. Aber das ist nochmal was anderes. So, hier diese komischen einzelnen... Blöcke, die kommen auch mal weg. So. Sieht ja grauenvoll aus. Aber es wäre schön, wenn man mehr erkennen könnte. Doch das ist zur Zeit nicht möglich. So, jetzt gehe ich nochmal in die Heier. Undchen! Wo bist du denn? Wo treibst du dich rum? Na. Sollen wir mal. So, ich muss mal gerade einen Schluck tragen. Bin gleich soweit. Hatte ganz vergessen, mir was einzuschütten. So. Ich höre den Hund aber schon wieder... Äh... Miauen. Ach, du sitzt immer noch da. Was ist los? Alles okay? Ach, dann komm halt mit. Na, komm mit. Aber wehe, du gehst mir... Gehst mir kaputt. Ach komm, du spawnst ja sowieso hinter mir. Ach nee. Doch da. So, um jetzt mal wieder ein bisschen Struktur in mein Gerede zu bringen. Ich brauche... Ich habe auch kein Holz mehr. Kann das sein? Fünf. Fünf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was mache ich mit meinen Ressourcen? Ich gehe ziemlich verschwenderisch vor, muss ich schon sagen. So. One, two, three, four, five. Für 16. Das ist zu wenig. 20 ist auch noch zu wenig. Na komm, weg damit. Aber wenn das jetzt nicht reicht, dann... Ja, was ist los? Kleines Dummerchen, du. Ich freue mich auf den MoCreatures Mod, wenn ich den endlich wieder installieren kann. So. Machen wir hier eine ganz stinknormale Treppe hin. Nur damit es auch ein bisschen was von Wohngegend hat.